Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Hardcore Games. Ich bin alleine und ich laufe jetzt direkt nach rechts, weil da ist irgendwo ein Sumpf, ja das sieht schon. Und ich bin Snail. Und mit diesem Kit kann ich andere Leute langsamer machen. Das heißt, wenn ich sie schlage, dann habe ich glaube ich eine bestimmte Chance, sie zu verlangsamen. Oder ich verlangsam sie auch bei jedem Schlag, das weiß ich nicht genau. Beim Viper ist es auf jeden Fall so, dass dann hier der Schlag gilt quasi. Und ja, es ist auf jeden Fall echt hilfreich beim Kampf, weil die Gegner eben immer wieder krass ansprinten müssen, um überhaupt an mich ranzukommen. Ja und ich habe jetzt circa eine Woche nicht gespielt oder so, weil ich ja kein Internet hatte. Und deswegen bin ich mal gespannt. Ob ich das denn noch alles so kann. W-A-S-D, okay. Gut, Pilze abbauen geht. Nein, soll es nicht allzu schlimm sein. So, ein paar rote vielleicht noch. Und dann war es das. Ja, es ist noch nicht allzu viele Spieler da, leider. Aber naja. So. Erstmal wieder sechs Holz. Oha. Ganz viel sind keine Lefte noch. Alle Leften. Ja, da gab es mal so ein Bug, dass regelmäßig Leute einfach, also nicht gekickt wurden, sondern irgendwelche Fehler bekommen haben. So schön. Und jetzt auch wieder so gewesen. So, weg. Und ich bin bereit, dann gehe ich direkt mal zum, mal gucken, am nächsten Gegner. Da war ich ja drunter. Das ist doch ganz cool. Danke schön. Danke schön. Danke schön. So, die Pilze habe ich. Und dann geht mir direkt weiter. Obwohl ich gerne ein Stein schlug hätte. Dann sind nämlich zwei. Okay, der ist ziemlich schnell gestorben, der auch. Naja, und jetzt ein Essen. Das ist doch ganz cool. Dann das Eisen. Ja, ich würde mir gerne kurz ein Steinschwert machen. So, ne, gar nicht nur eins. Weil ich meine, ich droppe das ja nie oder so, deswegen brauche ich ja nur eins. So, hier geht es vielleicht hoch. Ja, sehr gut. Eisen soll ich erstmal nicht. Ich dachte, da wäre jemand. Mal gucken, hier sind die nächsten. Das sind aber wahrscheinlich eher so die Tower, die da so irgendwo oben laufen, rumstehen. Weil hier ja kein Sumpf ist. Nö, irgendwie nicht. Komisch. Hä? Doch, da ist ein Tower. Ja, Mist. Da. Nein. Ich möchte nicht gestompt werden. Der eine stompt. Ja. Ich bin will mit hoch. Oh, wie unfair. Ich war doch genau in ihm, ey. Das gibt es doch nicht. Los, stomp. Los. Tu es. Oh, die nächsten. Los, stomp. 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 Egal, dann kämpfe ich jetzt mit dem. Aber, er ist hier hinten. Oh, Mist. Ich habe ein bisschen Nein, er ist tot. Er hatte keine Suppen. Ich habe ein schlecht geordnetes Inventar. Kann ich eigentlich behalten als Zweitschwert? Nein. Er hatte einfach nur eine Hand. Er scheißt einfach auch, Schwerte. Ich meine, warum auch? Da, 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 da. Ja, nein. Oh, ich... Jetzt war ich oben oder wieder unten. Komm schon. Hier kann ich einfach nicht weglaufen. Aber gut. So, jetzt muss ich mal sortieren. Über mir ist keiner. Weg, weg. Die behalte ich erst mal. Ich habe keine Schalen, ey. So. Aber die mache ich dann direkt. zack. Nicht so viele. Ja, egal. Nein. Lol. Die sollten habe ich eben schon gekillt. So. Gut. Passt. Dann kommt das doch weg. So. Gut. Dann gehen wir direkt hier hin. Da ist hier einer. Der hat... Alter, bin ich verarschen. Boah. Das sah gerade voll komisch aus. Jetzt will ich voll schnell ansprinten. Bei das Sprint und so. Ach. Tot. Gut. Der hat... Nicht viele Sachen. Dann gehen wir zu dem Tower. Der holt ja einfach random Leute hoch, wie man eben gesehen hat. Vielleicht macht er das wirklich. Mal sehen. Oh, das fand ich auch. Ich war ja eben ganz kurz oben. und dann wieder nicht. Wegen dem anderen Endermage. Los. Er springt. Hallo, ganz tief. Los, jetzt dein Portal. Ah, schade. Na gut. Alter, es sind so wenige Leute. Echt komisch. Aber... Wir gehen einfach weiter. Da ist niemand. Ich glaube, in dieser Richtung ist wieder der... Ah, nee. Nicht der Sumpf. Sondern ein Dschungel. Ich mag Dschungel nicht so. Zum Kämpfen und nicht zum Laufen. Aber... Schön aussehen tut er. Aber das war's auch. Ah, Mist. Hier kann ich hoch. Sehr gut. Ah, mal gucken. Jump and run. Da ist ein Apfel. In den Flammen. Ich rette dich. Ah, das hier. Okay, ich hab genug Essen. Brauch ich eigentlich nicht. Aber ich mach mir den OP-Gold-Apfel gleich. Ich hab ja sonst nichts zu tun, außer Gold zu farmen. Aber ja, ich sollte auf jeden Fall was essen. Das Fleisch wird vielleicht reichen, aber ich esse erstmal Karotten. Nur für den Fall, dass ich dann später Fleisch essen kann. Oh, ich fühl mich dizzy. Das heißt, hier ist ein Madman. Und ich mag Madmans nicht, weil die so viel Schaden machen. Da ist er. Oh. Ich muss mich echt angewöhnen, vielleicht mal früher nachzufüllen. Ah, fuck, fuck, fuck. Mist. Oh, nein. Weil, genau, als ich hier oben stand, zum Beispiel, und der da unten war, dann, keine Ahnung, hat er wahrscheinlich nachgefüllt. Aber ich natürlich nicht. Das ist mein Fehler. Aber naja, dann war es das für die erste Runde. Wir sehen uns gleich. Weiter geht's. Ich bin Phantom. Oh Gott. Nein. Und damit kann ich fliegen. Und ich muss hier in den Sumpf. Und ja, das Kid, das ihr eben gesehen habt, war Anchor. Und damit macht man einfach bei jedem einzelnen Schritt so ein hässliches Geräusch. Und das ist so nervig. Ich wollte da, ja, auch letztens mal irgendwann eine Folge aufnehmen. Aber, alter, ohne Witz. Wenn du eine Runde mitspielst, hast du einfach keinen Bock mehr drauf. Das ist so nervig. Und ja, das eigentliche Feature dieses Kids ist, äh, dass man, ähm, kein Knockback bekommt. Und die Leute, die man schlägt bekommen, ebenfalls kein Knockback. Und, naja, es ist einfach saukomisch. Man kann halt nicht mehr wirklich ordentlich kämpfen. Sondern, schlägt sich einfach nur gegenseitig. Und ist komisch. Aber naja, ist halt ganz cool für Tower oder so, wenn man, ja, towert und nicht runter, äh, beziehungsweise wenn man Tower bekämpfen möchte und halt nicht runtergeschlagen werden möchte. so. So viel Rote, ey. Aber gut, dann mache ich mir erstmal wieder ein Schwert. Und, dann kenne ich alle Leute und dann habe ich gewonnen. Okay, guter Plan. So, fünf. Dann noch so ein Stück. und ja, Steinschwert wird nicht hinhauen. Nein. So. Zack. Rrrr. Oh, dann mache ich jetzt mal das hier. Drei, vier. Nein, drei, vier. So. Ist mir nie eingefallen. Vorher, glaube ich. So. Gut, passt. Dann gehen wir direkt mal zum Ninja-Typ. Ninja. Gucken, wo der sich so rumtreibt. Da. Hi. Ja, wollte gerade jemand anderes tracken oder killen oder sonst was. Aber, tut mir leid, das mache ich jetzt, weil hier unten ist direkt Stein. Und da kann ich mir dann ein schönes Steinschwert machen. Ähm. Da kommen welche. Ich fliege einfach raus. Oh, ist so dumm. So, dann machen wir das hier zu Holz und gehen mal zu dem Typ hier. Oh, ich wollte gerade sagen, er hat einen Effekt, aber hat er nicht. Achso, das ist auch der Anchor. Und, ja, man kann eigentlich nur um den rumlaufen. Aber nicht wirklich Combo. Glaube ich. Ähm, ja, gut, passt. Da ist ein Tower. Aber ich bin der Phantom, deswegen, ja, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht unbedingt unterm Tower kämpfen. deswegen kann ich mich auf jeden Fall runterholen lassen. Und, tchuch, sauber. Aber wenn ich halt runterfalle, dann kann ich, hi, ja, mich abfangen. Der müsste sterben, weil er bei Endermatch. Da oben ist auch jemand. Boah, das wäre natürlich cool, wenn ich jetzt da hinfliegen würde. Aber das ist echt riskant. Aber ich versuche es mal. Wenn ich sehe, ich komme da eh nicht hin. Dann lasse ich es. Oh, fuck. Sauber. Nein, aber jetzt, äh, Mist. Er kann mich hochholen. Okay, gut. Jetzt muss ich nur warten, bis ich hier wieder fliegen kann. Aber in der Zeit kann ich mich auch schon hochbauen. Holz habe ich ja genug. Und dann wird er hier sterben. Aha. Das ist jetzt dein Tod. Sehr gut. Dann warte ich zehn Sekunden und spring runter. Hups. Die kommen weg. Oha. Das ist gesehen. Okay. Ja. Vielen Dank. 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 Nein. Ich muss erst mal ein bisschen weglaufen. Sprint. Ich kann nicht sprinten. So, aber... Okay. 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 Und... Und... Okay. So, so... Und... Okay. Hi. Hi. Stopp. personnage. Stopp, stop, 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 stock, stop, 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 stop. Ich muss nachfüllen. Warum brennt er? Durch meinen Lager wahrscheinlich, aber... Na ja, komisch. Komm schon! Bleib stehen! Dankeschön. Aber er hatte keine Suppen. Aber... Mal gucken, wo ist der nächste? Ich brauche echt Pilze. Ich soll mir erst mal Pilze. Also ein paar. Was habe ich denn noch? Rote habe ich noch zwei. Kann ich immerhin noch zwei machen. Das rechts fand ich wirklich. Aber das ist besser als gar nichts. So. Aber echt so knapp eben mit dem Sprint. Mal gucken. Ja, ich greife vielleicht mal den nächsten an. Und sammle in der Zeit auch noch Pilze. Und dann kriege ich vielleicht seine. Und ja. Und so weiter. Ne, es sind Blumen. Blumen brauche ich aber nicht. Mal gucken. Aber die Lava ist echt auch cool. Glaube ich. Da, den habe ich doch eben schon attackiert. Und der war echt nicht schlecht. Leider. Mist. Ja, sauber. Nein, nicht verbrennen. Ich brenne. Aber ich kriege eigentlich einen Feuerschaden. Das ist gut. Aber das nervt. Deswegen gehe ich doch kurz mal hier rein. Ja, der hat halt auch keine Pilze mehr. Oh Mann. Oh Mann. So. Wo habe ich denn hier? Pilze. Ich brauche Pilze. Den nehme ich auch. Kann ich regenerieren? Nein. Natürlich nicht. Da ist noch ein roter. Sonst gehe ich in die Wüste und sammle ein paar Kakteen. Das geht ja auch. Na, dann werde ich das von machen. Da ist auch noch ein roter. Oh, und da liegen welche auf dem Boden. Das ist natürlich nett. Bäh. Nehme ich. Alter, ich habe locker schon fünf, sechs Leute gekillt, aber kein Steinschwert bekommen. Das geht doch nicht. Hier gibt es keinen Stein auf der Map, glaube ich. Ah, leck. So, vier Stück. Immerhin. Na gut, dann. Geh. Oh, zwei. Ja, ich habe Lava. Das ist gut. Aber sonst wird das auf jeden Fall knapp. Vor allem, wenn die Pilze haben. Oh, Forcefield. Leu. Alter. Bin ich dumm? End of Stream. Das passiert irgendwie total oft. Zurzeit. Ich glaube, einfach ins Forcefield. Ich dachte, das wäre hier. Mist, ey. Er leut auch rein. Aber, naja, das ist extra was. Oh, Mann, ey. Stirb bitte. Stirb bitte beide einfach. Na, das kann doch nicht sein. Und vor allem, ich bin ja, okay, ich bin hier reingelaufen. Aber ich habe gedacht, das wäre viel später irgendwie. Okay, und vor allem dachte ich, es wäre da. Ich habe auch nicht auf F3 geguckt. Mist. Aber, naja. Das waren dann drei Runden. Immerhin. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Und dann würde ich mich über eine Wertung freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.